Herzlich willkommen. In diesem Video über die Handwerker-Software PAST Prime geht es um die Erstellung von Leistungsverzeichnissen. Die Erstellung von Leistungsverzeichnissen, speziell der einzelnen Positionen, ist eine zentrale Aufgabe in Handwerker-Software. Dort hält sich der Handwerker in der Regel am längsten auf, denn das erfordert die meiste Arbeit. Wie komfortabel Leistungsverzeichnisse im PAST Prime erstellt werden können, das will ich Ihnen in diesem Video im Überblick zeigen. Bleiben Sie dran, gleich geht es weiter. Das Zentrum der gesamten Auftrags- bzw. Projektabwicklung befindet sich in PAST Prime in der Vorgangsverwaltung. Hier haben wir den entsprechenden Link im Hauptmenü und da gehen wir kurz rein. Das bedeutet, in PAST Prime beginnt alles mit einem Vorgang. Geht man in die Vorgangsverwaltung hinein, dann findet man hier eine entsprechende Vorgangsübersicht. Zu dieser Vorgangsübersicht und zu den vielfältigen Funktionen werde ich extra mal ein Detailvideo machen, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. So, wir reden weiter über die Vorgänge. Das heißt also, es beginnt alles mit einem Vorgang. Ein Vorgang, ich öffne beispielhaft mal einen, besteht aus den Kopfdaten und besteht aus den Vorgangspositionen. Hier in den Vorgangspositionen wird das Leistungsverzeichnis erfasst und dieser Vorgang kann eine bestimmte Belegart, also wenn Sie so wollen, einen Status erhalten. Und so kann eben ein Vorgang, ein Status nur Erfassung haben, dann hat man ihn gerade erfasst, kann aber auch Angebot haben, Bestätigung, Arbeitsauftrag. Sie sehen das Lieferschein, Rechnung, Teilrechnung, Gutschrift und so weiter. Es sind durch entsprechende Konfigurationen auch unter Belegarten möglich. Das heißt also, man könnte zum Beispiel Angebot aussichtsreich, Angebot verloren oder auch verschiedene Unterformen der Bestätigung haben. Bestätigung, Auftrag begonnen, Bestätigung, Auftrag erteilt, Bestätigung, Auftrag bestätigt oder wie auch immer. Man kann also hier das Ganze entsprechend durch Konfigurationen im Past Prime auch noch untergliedern, um hier eine bessere Übersicht zu haben. Nach diesen verschiedenen Vorgangsunterarten kann man dann eben auch selektieren und kann sich so eine bessere Übersicht verschaffen. Das nur ganz kurz zur einführenden Erläuterung und nun beginnen wir ganz einfach mal und legen einen neuen Vorgang an. Da muss ich gleich wieder auf eine Einheitlichkeit hinweisen, die in allen Modulen von Past Prime so ist. Wir haben hier oben einen Button, ein weißes Blatt, sage ich immer vereinfacht dazu. Und dieses weiße Blatt, da steht schon drunter, neu. Das heißt also, mit dem weißen Blatt legt man einen neuen Datensatz an, ein neuer Vorgang. Das ist ein neuer Datensatz in dem Sinne. So, was also bedeutet, wenn ich auf neu klicke, lege ich in der Vorgangsverwaltung einen neuen Vorgang an. Aber dieses weiße Blatt habe ich auch in anderen Bereichen. Das habe ich in den Stammdaten. Wenn ich die Adressverwaltung aufhabe, habe ich das weiße Blatt auch, dann lege ich eine neue Adresse an. Und wenn ich in der Kundenverwaltung bin, dann lege ich mit dem weißen Blatt einen neuen Kunden an. So finde ich dieses weiße Blatt in jedem Modul, in dem ich auch Daten anlegen kann. Damit ist die Bedienung schon wieder extremst vereinfacht. Aber nun wollen wir anfangen. Also klicke ich auf weißes Blatt, um einen neuen Vorgang anzulegen und es kommt ein Vorgang Anlagefenster. So, hier kann ich gleich beginnen und kann sagen, was soll es denn als erstes für eine Belegart werden. Also was für ein Status soll dieser Vorgang erhalten. Da sage ich mal Angebot. Jetzt kann ich hier einen Kunden auswählen und eine Lieferadresse auswählen. Das heißt also, Kunde ist klar. Lieferadresse wäre in dem Fall die Baustellenadresse. Ich bekomme hier solche blauen Pfeile angezeigt. Das bedeutet immer, ich habe eine Suchfunktion dahinter. Das heißt also, das wird es in anderen Programmbereichen gibt es das auch. Und überall, wo ich einen solchen blauen Suchfell angezeigt bekomme, kann ich draufklicken und kann hier entsprechend mir Daten heraussuchen, die dann automatisch in das davor liegende Feld eingetragen werden. Zum Beispiel, jetzt suche ich mir meinen Kunden aus Mustermann. Den nehmen wir hier rein und da haben wir schon drinstehen. Lieferadresse lasse ich jetzt da einfach halber mal weg. Jetzt sehen wir hier hinten noch zwei weiße Blätter. Weiße Blätter, wissen wir ja, heißt neuen Datensatz anlegen. Wofür sind die da? Hier in der Zeile Kunde haben wir ein weißes Blatt. Das bedeutet, wenn es den Kunden noch nicht gibt, dann muss ich jetzt nicht extra in den Stammdatenmodul verzweigen, damit ich diesen Kunden anlege und ihn anschließend hier einfügen kann, sondern ich klicke einfach hier drauf. Das machen wir mal kurz. So, komme hier in meine Kundenadressen hinein, also in meine Stammdaten, gebe einen Namen für den Kunden an, gebe seine Adressdaten an. Anschließend werden diese Daten in den Stammdaten gespeichert und der Kunde wird auch automatisch diesem Vorgang zugeordnet. Das ist auch wieder eine Sache, die die Arbeit ein ganzes Stück weit vereinfacht. So, wir sind jetzt hier in dem Fenster soweit fertig und sagen einfach OK. So, jetzt befinden wir uns im Vorgangskopf. Auf zu diesen Feldern und der Möglichkeit, die einen auszublenden, hatte ich ja bereits in dem Video zur Benutzeroberfläche etwas gesagt. Da gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein. So, was haben wir hier? Wir sehen ja die Zahlungsbedingung, die ist schon eingetragen. Warum? Weil die ist im Kundenstamm hinterlegt und wird natürlich jetzt übernommen. Ich könnte hier auch eine andere Zahlungsbedingung auswählen, falls das gewünscht ist. Was müssen wir hier machen? Hier haben wir einen Betreff. Hier in dem Betreff schreibt man in der Regel das Bauvorhaben rein. Sagen wir MFH, Mehrfamilienhaus, Schulstraße, sagen wir einfach. So, dann haben wir hier das drinstehen. Jetzt ist es ja auch üblich, einen Vor- und einen Schlusstext zu verfassen. Das wollen wir uns mal kurz angucken. Das Schöne am Past Prime ist ja, man kann sich zu jedem Zeitpunkt angucken, wie das Ganze gedruckt aussehen würde. Und da klicke ich mal auf die Vorschau und hier sehen wir schon etwas. Das heißt also, die Adresse und so weiter ist eingetragen. Die Kopfdaten stehen auch da. Was sehen wir hier? Wir sehen also hier den Betreff und hier sehen wir schon einen vorgefertigten Vortext, den wir nur noch ergänzen müssen. Das ist im Kundenstamm ebenfalls hinterlegt. Man kann also bestimmte Vor- und Schlusstexte im Kundenstamm schon hinterlegen, so dass man automatisiert kundenspezifische Vor- und Schlusstexte hat, wenn man das will. So, und die Zahlungsbedingung steht hier auch. Und jetzt wollen wir den Vortext bearbeiten und natürlich noch einen Schlusstext hinzufügen. Und anschließend gehen wir in die Position und machen das hier. So, hier haben wir die Vorgangstexte, also Doppelklick drauf, öffnen sich die Vorgangstexte und hier sieht man, man hat eben eine Vorbemerkung, einen Vortext, unterschiedlich, wenn man will, zu jedem, zu jedem einzelnen Belegart. So, und hier, Sie sehen das im Angebot, da sehen wir schon ein geändertes Symbol hier, ein anderes Symbol. Und das bedeutet, hier steht schon was drin. Wir danken für Ihre Nachfrage und, und jetzt könnte man das hier beliebig ergänzen, gibt aber eine wesentlich einfachere Variante, denn man kann Textblöcke schon vorerfassen und greift auf diese Textblöcke dann einfach nur noch zurück. So, und so kann man hier auf entsprechende Textblöcke zugreifen. Ich habe hier zum Beispiel Vortextangebot und dann ist dieser Text drin, den ich in der Regel immer verwende. Und für den Fall, dass ich den abändern möchte, steht mir das natürlich hier auch frei. Ich kann ja was dazu schreiben oder kann was weglöschen. Da kann ich also alles machen, was ich gern möchte. Weiterhin will ich einen Schlusstext haben. Hier haben wir die Rubrik Schlusstext, auch wieder fürs Angebot. Auch hier könnte ich ganz normal schreiben, aber am einfachsten ist es, ich habe mir ein paar Standardschlusstexte vorerfasst und greife darauf jetzt zurück und brauche den Text bei Bedarf eigentlich nur noch anzupassen. Sie sehen, für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung mit freundlichen Grüßen. und dann schreibe ich noch meinen Namen unten drunter und dann sind wir damit auch fertig. Um den Überblick nicht zu verlieren, werfen wir nochmal einen Blick auf unsere Vorschau und gucken mal, wie das jetzt ausschaut. Das heißt also, wir haben jetzt hier den Vortext drin, wir haben hier die Zahlungsbedingungen, die hatten wir vorhin schon drin und hier haben wir den Schlusstext drin. Soweit sieht das ganz ordentlich aus und nun müssen wir hier die Position einfügen. Um in die Vorgangspositionen zu verzweigen, haben wir zwei Möglichkeiten. Uns wird einmal hier direkt im Vorgangskopf ein Button angeboten, auf den wir klicken können und wir haben natürlich hier oben in der Menüleiste auch hier eine Funktion, mit der wir in die Vorgänge verzweigen können. Das ist also uns überlassen oder dem jeweiligen Bediener überlassen, welche Funktion er dann nutzt. Das ist übrigens typisch für Post Prime. Es bietet also auch immer verschiedene Möglichkeiten an, eine und dieselbe Aufgabe zu erledigen. Hier drückt sich das nun gerade mal in der Navigation aus. Wir sind hier in der Vorgangstabelle. Ich hatte auch in dem Video zur Benutzersteuerung bereits erwähnt, dass man ja verschiedene Ansichten haben kann. Ich habe mir hier eine Kalkulationsansicht geschaffen, die auch hier eingestellt ist. Und jetzt müssen hier Positionen rein. Das Interessante ist, auf welche verschiedene Art und Weise und wie einfach man im Past Prime Positionen erfassen kann. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Die einfachste Variante ist, mit neu eine manuelle Position anzulegen. Sie sehen hier, es ist keine Artikelnummer hinterlegt, weil die Position ist eben manuell. Und jetzt könnte ich hier irgendetwas hineinschreiben. Aber es gibt ja nicht nur diese einfachen Positionen mit Bezeichnung, Stückzahl und Preis in einem Leistungsverzeichnis. Die Positionen in einem Leistungsverzeichnis sind ja sehr verschieden. Da gibt es also sehr, sehr viele verschiedene Positionen und ein leistungsfähiges Handwerkerprogramm muss die natürlich auch alle beherrschen. Und das ist hier so. Wie kennzeichnen wir denn hier eine solche Position zum Beispiel als Titelposition oder als Losposition und so weiter. Das passiert nämlich hier vorn in dieser ersten Tabellenspalte, die mit Zeile überschrieben ist. Dieses P sagt zum Beispiel aus, es ist eine normale Position mit Bezeichnung, Stückzahl, Preis. So, und hier kann man natürlich auch andere Kennungen hineinschreiben. Und wenn man die nicht kennt, hat man eine Funktionstaste auf der Tastatur und kann sich hier ein Auswahlmenü einblenden lassen. Und hier sehen wir schon die Vielfalt. Wir gucken doch noch mal drauf auf die paar Dinge, die ich eben erwähnt hatte. Ja, wir haben hier die normale Position. Wir haben eine Alternativposition, eine Eventualposition. Wir haben Losüberschriften, Titelüberschriften, Alternativtitel, Eventualtitel, Aufschlagsrabatt, Zuschlagspositionen und, und, und. Zwischensummenpositionen hatte ich noch erwähnt. Und man kann einfach, indem man hier diese entsprechende Kennzeichnung einträgt, kann man die Position zu einer solchen machen, hinter der dann eben auch die speziellen Funktionen, die für eine solche Position benötigt werden, hinterlegt sind. Wir sagen mal, das Erste, was ja üblicherweise auch so ist, soll ein Titel sein, eine Titelüberschrift. Also gehe ich hierher und klicke auf Titel, dann steht hier TI drin. Und ich könnte jetzt hier zum Beispiel schreiben, Badinstallation. Bevor ich jetzt weitere Positionen erfasse, lassen Sie mich bitte noch eins gesagt haben. Ich bin ein Spezialist in der IT und ich bin Spezialist für diese Software. Ich bin kein Spezialist und kein Fachmann im Handwerksbereich. Deshalb werde ich hier Positionen zusammenstellen, die fachlich für einen versierten Handwerker nicht immer plausibel sind und auch mitunter keinen Sinn ergeben. Aber das ist ja auch nicht das Ziel dieses Videos, sondern ich möchte Ihnen die Funktionen dieses Programms zeigen und nicht ein fachlich perfektes Leistungsverzeichnis erstellen. Das ist die Aufgabe der Handwerker und da sind Handwerker natürlich auch die wesentlich besseren Fachleute dafür. Wie kriegen wir jetzt Positionen hier rein? Wir machen das ganz einfach, indem wir zum Beispiel auf weißes Blatt klicken. Da haben wir eine manuelle Position drin. Hatte ich ja gerade vorhin noch mal gezeigt. So, und hier könnte man jetzt reinschreiben, Wanne oder Badewanne vielleicht. Ja, Badewanne. So, dann kann man hier eine Stückzahl eingeben. Auch da haben wir wieder Vereinfachungen. Man kann entweder mit einer Funktionstaste sich ein Menü einblenden lassen. Man hat aber auch Zahlencodes, womit man das auswählen kann. Das heißt also, ich könnte jetzt hier aus dem Menü auswählen, könnte aber auch einfach den Zahlencode 1 nehmen. Da stand ja bei Stück dahinter. Und dann habe ich hier Stück. Oder ich könnte hier reingehen in den Zahlencode 2. Dann habe ich hier Stunde. Man sieht ja das. Dann hat man hier die IDs. Ja, und Sie werden es mir wahrscheinlich nicht glauben, aber nach kurzer Einarbeitungszeit hat man diese Zahlencodes tatsächlich im Kopf und benutzt das Menü gar nicht mehr. Das kann ich Ihnen aus Erfahrung so bestätigen. Genauso ist es hier mit den einzelnen Kennungen für die verschiedenen Zeilenarten. TI für Titel, P für Position, PA für Alternativposition. Nach ganz wenigen Tagen Arbeit hat man die wichtigsten Dinge im Kopf, so dass man noch viel schneller ist, indem man diese Kennzeichnungen einfach nur einträgt und gar nicht mehr aus dem Menü auswählt. So, für den Fall, dass man mal eine Mengeneinheit erfassen will, die halt nicht da drin steht, dann kann man hier auch einfach die Mengeneinheit reinschreiben und dann bleibt die auch da drin stehen. So, wir haben aber hier halt unser Stück. Und da sage ich einfach eins, eine Badewanne. Sie sehen, und jetzt komme ich in meine Kalkulationstabelle. Ja, jetzt sehen wir hier also, hier haben wir unsere Lohnminuten. Da sage ich, der braucht 60 Minuten für die Montage dieser Badewanne, der Mitarbeiter. So, hier haben wir die Lohngruppe. Hinter den Lohngruppen liegt der Stundensatz. Den Stundensatz, den ich am meisten verwende, den habe ich immer auf der Gruppe 1 liegen, weil die ist voreingestellt für den Fall, dass ich einen anderen Stundensatz verwenden möchte. Da habe ich wieder eine Funktionstaste. Dann werden mir alle vorerfassten Stundensätze angezeigt. Und ich kann hier natürlich auch einen anderen Stundensatz auswählen. Ich will es aber bei dem hier belassen, weil, wie gesagt, den verwende ich sowieso am meisten. Das sind die 35 Euro pro Stunde. So, hier kommen wir in die Spalte für Material netto. Da sage ich, netto im Einkauf kostet diese Badewanne 400 Euro. Und auch hier kommt wieder eine Materialkruppe. Hinter der Materialkruppe liegt der Materialaufschlag. Ich arbeite standardmäßig mit 15% Aufschlag. Deshalb liegt der Aufschlag hinter meiner Materialkruppe 1, denn auch die ist immer voreingestellt. Für den Fall, dass ich mit anderen Aufschlägen arbeiten möchte, kann ich mir wieder mit einer einzigen Taste hier meine vorerfassten Aufschläge anzeigen lassen und kann sagen, ich nehme jetzt die Gruppe 4 für 25% Aufschlag. Dann habe ich eben jetzt hier 25% Aufschlag. Und für den Fall, dass ich einen von meinen Gruppen ganz abweichenden Aufschlag verwenden möchte, steht es mir auch frei, hier frei einen Aufschlag einzutragen. Und das Programm wird ihn ebenfalls akzeptieren und damit rechnen. So, dann ergibt sich aus Lohn und Material hier der Einzelpreis. Und da es nur ein Stück ist, ist der Einzelpreis gleich den Gesamtpreis. Ansonsten würde es halt mit der Stückzahl multipliziert werden, um hier den Gesamtpreis darzustellen. Da haben Sie also hier eine Position erfasst. Aber es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, hier Positionen einzufügen. Viele Handwerker arbeiten beispielsweise mit Data-Norm. Das können wir natürlich auch. Wir haben in unserer Stammdatenverwaltung die Möglichkeit, jeden Lieferanten in einem getrennten Katalog zu verwalten, sodass wir da ganz gezielt auch auf die Lieferantenartikel zugreifen können. Und wenn wir das hier machen wollen, dann gibt es dazu auch wieder mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1 ist, wir gehen hier auf Artikelauswahl. Dann haben wir hier die Gesamtzahl unserer Artikelkataloge. Da gehe ich dann auch später nochmal drauf ein, in einem Detailvideo zur Stammdatenverwaltung. Aber das hänge ich alles hinten dran, weil die gesamte Vorgangsverwaltung ist ja ein gewisses Zentrum in dieser Software. Und deshalb soll die auch vorn herangestellt werden. Da habe ich also hier Kordes und Gräfe und ich könnte jetzt hier suchen eine Mischbatterie. Mal gucken, ob wir eine finden. Ja, und da haben wir sogar eine. Und jetzt werde ich hier einfach sagen, ich brauche dafür ein Stück, nämlich für die Badewanne. So, und jetzt könnte ich auch noch weitere Dinge aussuchen. Und ich könnte jetzt hier weitersuchen. Mache ich jetzt auch mal und sage, ein Siphon brauchen wir auch noch. Und da finde ich hier verschiedene Siphone. Und da werde ich eben hier auch sagen, eins, wie gesagt, bitte nicht fachlich bewerten. Und so kann ich mir hier auch mehrere Artikel aussuchen. Und wenn ich die alle ausgesucht habe, dann übernehme ich die. Und die Artikel werden gemeinsam in die Positionsbearbeitung übernommen. Das heißt also, ich muss nicht immer für jeden Artikel einzeln in die Stammdaten springen, sondern ich kann das im Stapel machen. Das vereinfacht die Arbeit und beschleunigt sie auch wieder ungemein. Was haben wir noch für Möglichkeiten? Da bleibt als erstes natürlich die modernen Online-Schnittstellen. IDS und OCI. Wer die benutzt, der braucht kein Data-Norm mehr. Der muss sich nicht mehr mit der Pflege der Data-Norm-Daten abgeben. Ja, man kann einfach hierher gehen, geht in die Artikelauswahl, hat hier sein Online-Menü. Wenn hier mehr als ein Lieferant mit IDS, also Online-Schnittstelle hinterlegt ist, dann klappt hier ein Menü runter. Ich habe nur ein, deshalb verzweigt das jetzt automatisch direkt zu Cordes und Gräfe. Ja, und ich könnte jetzt hier eben auch noch weitere Artikel suchen. Ich suche hier zum Beispiel mal einen Spiegelschrank. Da finde ich hier verschiedene Spiegelschränke. Wähle mir den aus, sage den, übernehme ich in meinen Warenkorb und sage einfach hinzufügen und dann ist das erledigt. Es ist in meinem Warenkorb drin, Sie sehen das hier oben. Und auf diese Art und Weise könnte ich jetzt weitere Artikel hier entsprechend suchen. Ich könnte zum Beispiel suchen einen Waschtisch. Ja, dann nehme ich mal hier den Einzelwaschtisch und sage, der kommt, den nehme ich einfach, der kommt auch in meinen Korb. Und dann suche ich noch einen Standfuß für den Waschtisch vielleicht. So, dann nehme ich auch den mal. Wird natürlich wieder fachlich nicht passen, aber geht ja nur ums Prinzip. Dann füge ich das ebenfalls wieder hier hinzu. Und dann brauche ich für den Waschtisch auch noch eine Mischbatterie. Das suche ich hier auch. Und finde hier eine Mischbatterie, die ich auch in meinen Warenkorb hinzufüge. Und dabei will ich es einfach mal belassen. Gehe hier auf meinen Warenkorb und sage, ich möchte diesen Warenkorb absenden. Jetzt werden alle Daten gleich übernommen. Ich sage senden IDS. Für den Fall, dass ich eine Bestellung auslösen wollte, könnte ich das ja hier auch gleich machen. Also dieses Portal wird ja den meisten bekannt sein. Ich sage aber nur senden IDS. Und jetzt werden meine Artikel hierher übertragen. Und ich habe hier alles drin. Jetzt brauche ich nur noch entsprechend zu kalkulieren. Indem ich sage also hier, dafür für die Montage von dieser Position brauche ich 10 Minuten. Und für die Montage von dem Waschtisch brauche ich 30 Minuten. Äh, von dem Spiegelschrank. Für den Waschtisch brauche ich auch 30 Minuten. Für den Standfuß brauche ich 20 Minuten. Und für die Mischbatterie selbst brauche ich 15 Minuten. So, das wird alles mit meinen Standardlohnsätzen verrechnet. Das Material, die Materialpreise wurden ja automatisch übernommen. Und ich lasse alles bei meinem Standardaufschlag. Weil es soll ja eine Standardkalkulation werden. Und damit bin ich hier in der Kalkulation schon durch. Hier läuft mein Nettopreis mit. Und hier läuft meine Zeit mit. Das heißt also bisher ist ein Nettopreis aufgelaufen im Verkauf von 1834,05 Euro. Und ich habe im Moment in der Summe einen Zeitbedarf von 3,08 Stunden. Übrigens, ich zeige hier nur die allergrundsätzlichsten Kalkulationsfunktionen. Auch die Kalkulation ist ein sehr weites Feld in diesem Programm. Da gibt es viele, viele verschiedene Möglichkeiten. Auch zur Kalkulation mache ich nochmal ein Detailvideo. Nicht denken, dass das die einzigsten Kalkulationsfunktionen sind, die in diesem Programm zur Verfügung stehen. Da gibt es weitaus mehr. Wenn Sie sich dafür interessieren, dann einfach auf das Video warten. Oder wenn Sie nicht warten wollen, rufen Sie mich an. Ich zeige Ihnen die ausführlich auch in einer kleinen Online-Präsentation. So, jetzt haben wir hier die Badewanne in ihren Einzelteilen. Schauen wir mal hier. Badewanne und die Mischbatterie. Und in Siphon dann noch einen Spiegelschrank, der zum Waschtisch wahrscheinlich dann zugerechnet werden müsste. So, hier ebenfalls ein Standfuß und eine Mischbatterie unten drunter. Ich weiß, viele Handwerker arbeiten so und fügen diese einzelnen Positionen und Teile nacheinander auf. Für den Kunden ist das aber manchmal nicht ganz übersichtlich. Der blickt da nicht so wirklich durch. Und da bietet das Programm natürlich viele Möglichkeiten, das etwas übersichtlicher zu gestalten. Und da wollen wir jetzt mal drauf eingehen. Das heißt also, man könnte diese Einzelteile praktisch klammern und dann eine Zwischensumme ausweisen. Das will ich hier mal zeigen. Da gehe ich hier rein und füge mal eine Position ein. Also neben weißem Blatt neu, was immer eine Position unten dran hängt, haben wir ja hier eine Einfügeposition. Die fügt immer über der Kursorposition ein. Und da füge ich mal ein und sage mal hier WA, das nennt sich Werte ausweisen, anfangen. Da sage ich einfach Badewanne komplett. Und dann kann ich jetzt noch entscheiden, ob die Einzelpreise ausgewiesen werden sollen und die Gesamtpreise ausgewiesen werden sollen. Da sage ich mal nein, aber die Mengen soll er ausweisen. So, und dann sage ich hier schließen. Und ich muss jetzt noch sagen, bis wohin soll er das ausweisen. Und da sage ich dann hier genau bis hierher, denn da unten geht der Waschtisch los. Also füge ich hier wieder eine Position ein. Die nennt sich WE, Werteausweisende. Also das ist die Klammer. Klammer auf, Klammer zu, wenn man so will. Und hier schreibe ich jetzt rein Summe Badewanne komplett. Und sage, berechne mir mal den Preis. Da sagt er, das sind 750 Euro. Und das schließe ich jetzt. Das Ganze kann man natürlich noch ein bisschen rausheben. Wir haben ja hier eine Visivik-Darstellung im Rahmen unseres Komforttextes. Und da kann man hierher gehen und sagen, Badewanne komplett. Mache ich mal Fett. Und hier Werteausweisenende. Summe Badewanne komplett. Mache ich auch Fett. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Und dann habe ich hier, Sie sehen, Badewanne komplett ist dann schon Fett gedruckt. Summe Badewanne komplett ist ebenfalls Fett gedruckt. Und dann sehen wir hier Badewanne, die einzelnen Teile mit ihren Stückzahlen. Und als Summe hier die Zwischensumme, die 750 Euro für die Badewanne komplett. Und die Preise für die Einzelteile bleiben weg. Aber wie gesagt, Sie haben ja auch gesehen, es gibt ja hier auch den Haken, dass die Einzelpreise angezeigt werden. Den braucht man nur an zu haken. Und dann tut er Ihnen das eben hier auch entsprechend ausweisen. Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten, das so darzustellen. Das heißt also, man muss hier nicht unbedingt die Einzelteile in den Positionen aufführen. Weil das macht auch das gesamte LV manchmal ein bisschen unübersichtlich. Sondern man kann so etwas auch in der Stückliste aufführen. Das will ich hier nochmal zeigen. Das heißt also, ich lösche mal diese Positionen hier für den Waschtisch raus und stelle das mal anders dar. Nehme die raus und sage jetzt mal hier Waschtisch komplett bestehend aus. So, das nehmen wir noch in die zweite Zeile. So, und jetzt machen wir eins. Wir fügen die Positionen nicht hier in dieses LV ein, sondern wir gehen hier unten. Hier unten haben wir immer die Detaildaten zur jeweiligen Position von hier oben. Wir gehen hier in die Stückliste und sagen, wir nehmen hier eine Stückliste, in der wir Material und Lohn hinterlegen. Und jetzt führen wir die Kalkulationen für den Waschtisch komplett hier unten in der Stückliste aus und sehen hier oben nur noch die Summen. Und da können wir wieder beginnen, indem wir sagen, wir machen Artikelauswahl. Ich komme wieder ins Artikelauswahlfenster. Wir gehen wieder hier rein über die IDS-Schnittstelle, beispielsweise zu Cortus und Gräfe. und ich sage mal hier Waschtisch. Ich finde hier diesen Waschtisch und sage, der kommt in meinen Warenkorb. Ich mache weiter und sage Standfuß und ich suche mir einen Standfuß aus und packe den ebenfalls in den Warenkorb mit hinein. Ich suche mir einen Unterschrank aus für den Waschtisch. So, Waschtisch-Unterschrank, den will ich mal nehmen und sage, den packe ich in einen Warenkorb wieder, in den Warenkorb wieder rein. So, und jetzt als nächstes, als letztes noch ein Siphon. Da nehme ich einfach den, wie gesagt, bitte nicht fachlich bewerten und packe den ebenfalls rein. So, wenn das Ganze jetzt, das Ganze soll mal genügen, ich gehe hier in meinen Warenkorb und sage hier, diesen IDS-Warenkorb einfach absenden. Senden IDS und jetzt wird das hier in meine Stückliste eingefügt. Jetzt habe ich diese Einzelteile hier unten an dieser Hauptposition hängend in der Stückliste und kann jetzt hier ganz einfach meine Lohnminuten eintragen. Da sehen Sie hier, da werden bei bestimmten Sachen sogar schon Minuten angeboten und hier kann ich noch Minuten dazuschreiben für die Montage. Dann habe ich hier meinen Lohnkomplett und was Material betrifft, da haben Sie hier die Materialgruppe mit dem Standardaufschlag von 15%. Damit ist das Material auch schon entsprechend kalkuliert, aber Sie können natürlich hier auch noch durch Auswahl einer anderen Materialgruppe auch wieder entsprechend abweichend kalkulieren. So, wenn wir das Ganze speichern, dann wird das auch entsprechend übernommen in die Oberposition, wo dann hier eine Gesamtminutenzahl von 80 steht. Das ist die Summe aller dieser Minuten hier. So, mit dem Gesamtlohn ein Gesamtmaterialpreis, Einkauf von 844, mit diesen 15% Bauaufschlag sind eben dann 971 Euro und der Gesamtpreis ist dann für diese Leistung Waschtisch komplett liefern und montieren 1.018,34 Euro. Und nun gucken wir uns mal an, wie das Ganze auf dem Ausdruck aussehen würde. Hier müssen wir lediglich noch die Position ausfüllen. Wir sagen, also ein Waschtisch soll es sein. und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Und hier sehen wir den Waschtisch komplett, bestehend aus, weiter steht da nichts da, liefern und montieren. So, wie geben wir dem Kunden jetzt weitere Informationen? Zwei Möglichkeiten. Sie schreiben hier drunter, aus was der Waschtisch besteht, oder Sie können auch wieder die Stückliste andrucken. Das geht auch ganz einfach. Sie gehen hier einfach auf die Texte, gehen auf Komforttext und schreiben hier einen Steuerbefehl oben drüber. Da kann man sagen, also das bedeutet nichts anderes als drucke die Stückliste mit aus und wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, dann finden Sie hier den Waschtisch komplett bestehend aus einem Stück Waschtisch, einem Stück Standfuß, einem Stück Unterschrank und 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 was halt noch alles hier da dazugehört. Einen Siphon, den wir ja auch hatten. Diese Stücklistensteuerung, das ist auch wieder eine ganz flexible Geschichte. Man kann nämlich, wenn man sagt, ich will Stücklisten grundsätzlich ausdrucken, dann kann man das in den Programmeinstellungen so vorbelegen, dass ohne weiteres Zutun jede Stückliste immer mit ausgedruckt wird. Man hat zweitens die Möglichkeit, falls man das nicht will, dass man sagt, in einem Vorgang, für diesen Vorgang will ich jede Stückliste mit ausdrucken. Das kann man hier im Druckfenster entscheiden, indem man hier sagt, ich will Stücklisten immer in diesem Vorgang mitdrucken. Das heißt also, dann wird jede Stückliste mit ausgedruckt oder ich kann es ganz individuell positionsweise steuern, indem ich eben sage, Stücklisten werden grundsätzlich nicht ausgedruckt, aber in den Positionen, wo ich diesen Parameter in den Komforttext schreibe, da werden sie dann mit ausgedruckt. Also wieder eine ganz flexible Lösung, wo ich meine einzelnen Positionen ganz individuell gestalten kann. Eine weitere Möglichkeit, Positionen einzufügen, ist, diese Positionen aus bereits bestehenden Vorgängen, einem oder mehreren Wahlweise, einfach in diesen Vorgang zu übernehmen. Das ist auch eine sehr sinnvolle Geschichte, denn man macht ja oft ähnliche Dinge und dann hat man in anderen Vorgängen, also Aufträgen, schon Positionen, die man fertig kalkuliert hat. Und da braucht man sich die Arbeit natürlich nicht nochmal zu machen, sondern man geht einfach in diese Vorgänge hinein und holt sich, kopiert sich die Position daraus. Das geht wie folgt. Sie gehen einfach wieder hier unter Funktionen auf Positionen hinzufügen und haben hier gleich an erster Stelle aus anderem Vorgang. Da gehen Sie hinein und suchen sich Ihren Vorgang raus. Sie haben ja hier wieder den blauen Suchpfeil gehabt und jetzt beginnt man und sucht sich hier einfach einen entsprechenden Vorgang raus. Ich sage mal hier, ich nehme mal den hier und dann suche ich mir mal hier beispielsweise diesen Titel Heizung raus. Den nehme ich einfach, kopiere den, äh, markiere den, Entschuldigung, und kopiere das Ganze hier bei mir rein. So, dann habe ich hier die Titelüberschrift und ich habe hier selbstverständlich diesen, äh, diese, diese Gastherme, diese Therme von, äh, von Weiland. So, und Sie sehen hier, ich kann sogar ein Bild hinzufügen. Das geht auch wunderbar. Das zeige ich mal. Ich gehe einfach hierher und lösche dieses Bild mal und dann zeige ich Ihnen mal, wie man das hinzufügt. Man kann es einmal hinzufügen, indem man ganz einfach hier über ein Dateiauswahlfenster dieses Bild hinzufügt. Es geht aber noch viel besser. Ich öffne einfach meinen Ordner, wo dieses Bild ist. Hier haben wir es. Und ich ziehe das einfach per Drag & Drop auf die Position und dann habe ich es wieder drin. Ja, so kann man auch das Angebot sehr, sehr anschaulich für den Kunden machen, indem man hier entsprechend Bilder mit hinzufügt. Und noch zwei interessante Funktionen möchte ich Ihnen zeigen. Wir können Titel schachteln und wir können hier solche Positionen hier einzeln oder in Kombination miteinander einfach kopieren. Wir können sie ausschneiden, wir können sie markieren, kopieren, an anderer Stelle wieder einfügen. Wir können sie versetzen, indem wir sie ausschneiden und an anderer Stelle wieder einfügen. So wie man das von Windows, von Word und so weiter her kennt. Man macht hier einfach einen Rechtsklick und Sie sehen, ich kann diese Position ausschneiden, später kann ich sie wieder einfügen oder anhängen. Ich kann sie ganz einfach nur kopieren, dann dupliziere ich sie und kann sie an beliebiger Stelle wieder einfügen oder anhängen. Und das wollen wir jetzt mal machen, zusammen mit der Schachtelung von Titeln. Um Titel zu schachteln, fügen wir hier unter diesen Titel mal einen weiteren Titel ein, also quasi soll das dann ein Untertitel werden. Das machen wir mit der Einfügeposition, sagen ebenfalls TI und geben ihm die Unterstufe 1. und wir denken uns mal folgende Situation, in diesem Haus soll nicht nur ein Bad sein, sondern zwei Bäder sein und das hier ist das Bad im Erdgeschoss. Dazu kommt dann noch das Bad im Obergeschoss. So und das ist fast deckungsgleich, der Unterschied ist lediglich, es ist ein anderer Spiegelschrank drin. So und da wäre es ja nun Unsinn, wenn man das Ganze hier nochmal erfassen müsste, sondern wir kopieren einfach das Ganze. Wir sagen also hier diesen Titel Bad Erdgeschoss, den werden wir einfach einmal komplett kopieren, sagen hier kopieren und sagen, da kommt genau hier drüber rein, indem wir hier sagen Rechtsklick und Einfügen. So jetzt wird das Ganze hier eingefügt, hier sagen wir jetzt natürlich Bad Obergeschoss und tun jetzt hier das entsprechend abändern. Wir haben gesagt, das ist ein anderer Spiegelschrank drin, den anderen Spiegelschrank den haben wir dann hier in unserem Waschtisch komplett und wenn wir den anklicken und gucken hier in die Stückliste rein, dann haben wir hier den Spiegelschrank, so diesen Spiegelschrank den wollen wir rausschmeißen, dann löschen wir den einfach und gehen hier wieder rein in die Artikelauswahl, gehen wieder in unser Portal von Cortus und Gräfe und suchen nochmal nach Spiegelschrank nach Spiegelschrank. So und da finden wir den, ich nehme jetzt einfach den hier, das ist ein anderer, so und fügen den ein und übernehmen das Ganze hier mit Absenden des Warenkorbs und senden per IDS in die Stückliste rein. Alles was wir noch machen müssen ist die Zeit eingeben, die für die Montage benötigt wird. Wenn wir mit den Standardwerten kalkulieren, dann bleiben hier alle anderen Parameter gleich und wir haben dann hier auch entsprechend diese Position kalkuliert. Sie sehen hier, wir haben hier also schon in der Zeit einen Unterschied, wir haben hier einen Preis einen Unterschied, weil der Spiegelschrank eben halt auch einen anderen Preis offensichtlich hat. So, damit ist das kleine Leistungsverzeichnis fertig und alles was wir machen müssen ist hier die Nummerierung noch einmal durchzuführen, denn durch dieses Kopieren haben wir natürlich auch hier die Positionsnummern mitkopiert. Das kann man jederzeit machen. Da haben wir eine automatische Funktion Positionen nummerieren und dann sagen wir einfach mal Änderungen durchführen und dann haben wir hier automatisch die entsprechende Nummerierung. So und nun können wir hier ganz einfach drucken. Da haben wir verschiedene Ausgaben Möglichkeiten, also wir können auf Drucker ausgeben, alle Drucker, die installiert sind. Wir können auf Fax ausgeben, wenn wir einen Computerfax dran haben. Wir können es per E-Mail verschicken, das ist eigentlich heute die gängigste Methode. Wir können es nochmal auf dem Monitor anschauen oder wir können es als PDF-Datei einfach auf der Festplatte abspeichern. Wir nehmen mal hier E-Mail und sagen OK und hier öffnet sich auch sofort eine entsprechende E-Mail. Sie sehen hier, wir können fertige E-Mail-Texte ebenfalls bereits im Programm hinterlegen, sodass wir da auch nicht mehr viel machen müssen und das Angebot hängt hier als PDF hinten dran. Und da können wir uns gleich mal angucken, wie das jetzt im Endzustand aussieht. Wir haben also hier nochmal diese geschachtelten Titel. Wir haben also hier den Titel 1. Sie sehen, da gibt es den Untertitel 1.1 mit Bad im Erdgeschoss. Sie bekommen dann hier auch eine entsprechende Titelsumme. Sie sehen das hier, Bad Erdgeschoss, das ist dieser Untertitel. So, dann geht der Titel 1.2, das ist der zweite Untertitel, Bad Obergeschoss. Da bekommen Sie also hier auch nochmal die Summe fürs Bad Obergeschoss und dann bekommen Sie für die Badinstallation insgesamt, das heißt also bestehend aus Bad Erdgeschoss und Bad Obergeschoss, nochmal die Titelsumme für den übergeordneten Titel. Hier sehen Sie übrigens auch das Bild, sehr anschaulich für den Kunden und dann bekommen Sie zum Schluss nochmal eine Titelzusammenstellung und da geht das dann auch nochmal draus über Titel 1 Badinstallation kostet 5400 Euro bestehend aus dem Bad im Erdgeschoss mit dieser Summe, dem Bad im Obergeschoss mit dieser Summe und dann unten drunter letzten Endes noch ein Titel für die Heizung. Aber es gibt noch eine Möglichkeit, um Positionen hier in dieses Leistungsverzeichnis hineinzubekommen und zwar durch Einlesen über die Gap-Schnittstelle. Das macht man ja per Ausschreibung. Da gehe ich aber jetzt auch nicht drauf ein, denn dazu wird es ebenfalls ein Detailvideo geben und das wird lauten Bearbeitung von Ausschreibungen und da gucken wir uns auch an, wie das Ein- und Auslesen mittels Gap-Schnittstelle funktioniert. Welche Eigenschaften und Funktionen interessieren Sie besonders an Passed Prime? Schreiben Sie es mir unten drunter in die Kommentare und ich mache Ihnen gern ein Video drüber. Wenn Sie so lange nicht warten wollen, dann schreiben Sie mal eine E-Mail oder rufen Sie mich an und ich zeige Ihnen das gerne in einer kleinen Online-Präsentation. Am besten Sie abonnieren meinen Kanal, denn es werden zu Passed Prime zu dieser Handwerker-Software noch viele weitere Videos folgen, so werden Sie auf jeden Fall nichts verpassen. Für heute soll es das gewesen sein, bitte schauen Sie wieder rein, danke, tschüss und auf Wiedersehen. iiiii Droge